Hallo Battlefield-Freunde, hallo YouTuber, mein Name ist Tom Thompson und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Back-to-the-Roots-Informationsvideo zu Battlefield. Damit das Ganze nicht nur für deine Ohren interessant wird, sondern vielleicht auch für deine Augen, habe ich dir im Hintergrund zwei Runden Golf von Oman einfach mal zusammengeschnitten, das Ganze als Pionier erspielt. Am Anfang war ich zu Fuß unterwegs und dann in der zweiten Runde mit dem LAV. Ton nicht wundern gibt es keinen, einfach weil ich über DTS gespielt habe und die Elgato, also Tonsignal, DTS und die Elgato, damit nichts anfangen kann, die kann nur Stereo, aber ihr sollt euch ja auch ein bisschen auf meine Stimme konzentrieren und dieses ganze Bang-Bang-Bang-Bang-Bang, das lassen wir heute mal außen vor. KD, vollkommen uninteressant, gehe ich gar nicht drauf ein, weil das ist ein Teamspiel und am Ende muss das Team gewinnen, das macht Battlefield aus und das hat mich auch gereizt, Battlefield auf meiner Platte zu installieren. Damals, Battlefield Bad Company 2 und auch Battlefield 3 extrem gesuchtet, ohne Ende, wer dem Kanal schon länger folgt, der wird wissen, dass Battlefield eines meiner allerersten Standbeine hier war. Ich habe euch damals informiert über DLCs, habe euch informiert über Patches, was wurde geändert, welche Waffe wurde verbessert, welche Waffe wurde verschlechtert, was gibt es Neues an der DLC-Front, wie sehen die neuen Karten aus, wann kommen neue Karten auf die Konsolen auf dem PC. Wie schauen Fehler aus, gibt es Glitches, wo muss der Server-Admin hin, lang lauter Punkte habe ich damals in Battlefield 3 noch unter die Lupe genommen und genau dahin möchte ich irgendwie wieder zurück. Das macht mir Spaß, euch zu informieren, es macht mir auch aktuell sehr viel Spaß, mit euch gemeinsam zu spielen. Wird auch der eine oder andere treue Facebook-Nutzer schon gesehen haben, nämlich dass Herr Thompson da ab und zu mal schreibt, liebe Deutschen, wenn abends die Party offen ist und wir spielen Battlefield zum Beispiel, dann schreibt mir keine Nachricht, join einfach der Party rein, sag Hallo und lass uns gemeinsam hier eine kleine Runde daddeln. Einfach bitte Spaß haben, einfach bitte abschalten, einfach ein bisschen plaudern, ohne dieses ganze Drumherum und ach ja, ich spiele mit einem YouTuber zusammen. Vergiss das einfach, ich bin ein Spieler, wie du auch, ich habe einen Aim, schlechter als du, wirst du dann später auch noch sehen. Also gar keine Hemmungen, kommt einfach rein, wenn die Party offen ist. Wenn die Party geschlossen ist auf der Xbox, dann bitte schickt keine Einladung oder bitte fragt nicht per Nachricht nach. Auch auf der Xbox beantworte ich keine Nachrichten, ich bekomme teilweise pro Tag 100 Nachrichten, das kann ich nicht alles beantworten, liebe Leutchen. Also habt ihr bitte ein bisschen Rücksicht. Gut, Battlefield 4, fassen wir das Ganze mal zusammen. Als es rausgekommen ist, fehlerhaft hoch 10, lief überhaupt nicht, lief überhaupt nicht rund, strotzte vor Fehlern. Es war ein Haufen Glitches drin, dass du durch Wände schießen konntest, dass Wände teilweise offen waren. Es gab Fehler ohne Ende, die auch sehr vielen Leuten den Spaß am Spiel extrem geraubt haben. Auch der Gibbon, der hat das Spiel sich zum Release geholt und erst jetzt hat der Gibbon so gefühlt wirklich Spaß wieder an dem Spiel. Spaß auch dadurch, dass wir gemeinsam spielen und das macht nämlich Battlefield aus. Battlefield war schon immer ein Teamspiel. Es war nie so dieser Lone-Wolf-Gedanke, so wie das viele machen, ich bin ein Sniper, ich bin der Imbar-Warrior, ich hocke mich hier irgendwie auf den Kran und schimmel mir da einfach mal die Füße ab. Das ist nicht Battlefield. Battlefield ist einfach, du nimmst einen Medic, du nimmst einen Pionier, du nimmst einen Versorger, packst die in den Squad und räumst zu dritt einfach komplett die Karte auf. Du kannst Spiele komplett drehen durch eine geschickte taktische Maßnahme. Bestes Beispiel Metro, die Kämpfe sind immer um die B-Flagge rum, harte Kämpfe ohne Ende. Aber wenn es zwei Leute schaffen, vielleicht als Ami zu der A-Flagge zu kommen und die Flagge zu holen, dann kann allein dieser Moment das Spiel komplett drehen. Und genau das macht Battlefield aus und das finde ich auch mega genial. Insgesamt macht mir Battlefield 4 Spaß. Wir spielen aktuell fast nur die Second-Assort-Maps. Das ist ja Metro, Operation Firestorm, Kaspische Grenze und Golf von Oman. Mit den neuen Karten, also mit den ursprünglichen Battlefield 4 Karten kann ich so gut wie gar nichts anfangen. Hier seht ihr mal Kartoffel eben. Läuft bei mir. Ich ziehe zwar hinterher, aber immer irgendwie einen Meter zu langsam. Die neuen Karten oder die Battlefield 4 Karten sind mir insgesamt viel zu weitläufig. Teilweise sind die Karten so groß, dass du selbst auf kleineren Servern Ewigkeiten brauchst, um einen Gegner zu finden. Operation Spin zum Beispiel ist zwar eine schöne Karte, so ein bisschen erinnert das Ganze auch an Metro von den Gefechten her. Aber macht einfach keinen Spaß, weil das Ding einfach zu viele Ebenen hat. Es gibt keine klaren Laufwege. Jeder läuft querfeldein. Ich komme mir da ab und zu vor, als wäre ich ein Huhn ohne Kopf und würde da einfach nur so umhereiern in der Hoffnung, irgendwie mal einen Gegner zu finden. Meistens findet mich dann ein Sniper und zwar genau zwischen die Augen. Das macht nicht wirklich Spaß, das frustriert auch und am Ende hast du eine halbe Stunde gespielt für ein Appel und ein Ei am Punkten. Und das macht auch nicht Spaß, es fehlt irgendwie diese Action. Ich will nicht nur laufen, sondern ich will halt auch kämpfen. Ich will immer diesen klaren Frontenkrieg haben. Ich möchte nicht Ewigkeiten nur umhereiern, ohne dass irgendwas passiert. Das ist nämlich auch immer eines der Punkte gewesen, die zum Beispiel den Wechsel von Call of Duty auf Battlefield ein bisschen schwer gemacht haben. Weil gerade Leute, die von Cod rüber kommen, die haben sich immer gewundert, oh Thompson, das kann doch nicht sein, dass es irgendwie, dass du Ewigkeiten laufen musst. Ich will die Instant Action haben und die hast du auf kleinen Karten. Wie jetzt hier Battlefield oder Golf von Oman. Bestes Beispiel, du hast ein paar Fahrzeuge, sind aber nicht zu viele. Du hast ein paar Flacken, es gibt immer einen Luftkrieg, es gibt aber auch einen Bodenkrieg und es konzentriert sich am Ende immer so um zwei, drei Flacken. Und das finde ich genial, das macht Battlefield aus. Wo geht der Zug mit Battlefield hin? Gute Frage, schwere Frage. Insgesamt habe ich Spaß an einem Spiel. Ich habe Spaß mit euch zusammen zu spielen, ich habe Spaß mit den Gibson zusammen zu spielen, allgemein mit der Crew ein bisschen was zu machen. Und ich möchte mit Battlefield 1 einfach wieder dahin zurückkehren. Ich habe Battlefield 1 aktuell noch nicht vorbestellt, ich habe euch aber freundlicherweise mal einen Link zu Amazon in die Videobeschreibung gepackt. Wie gewohnt ist ein Partner-Link, das heißt, wenn du darüber einkaufst, zahlst du keinen Cent mehr. Aber der Thompson bekommt 5% Boni. Warum erwähne ich das Ganze? Einfach weil ich plane, zum Release von Battlefield 1, dass wir uns das TTHK, nämlich die Tom Thompson Tomahawks, wer das Ganze nicht weiß, was TTHK eigentlich heißt. Das heißt, wir machen nicht nur ein Platoon wieder auf, sondern wir werden auch uns einen eigenen Server holen. Einfach damit wir selber Karten einstellen können, wie wir lustig sind. Damit wir selber auch vielleicht mal ein paar Community-Sachen ans Laufen kriegen. Einfach so ein bisschen wieder Spaß am Spiel wiederfinden. Nicht nur dieses reine, ich bin ein YouTuber und ihr seid die Community, sondern einfach, dass wir das Ganze gemeinsam wieder ein bisschen was auf die Beine stellen. Da habe ich richtig Bock drauf aktuell. Battlefield 1, gerade zum Release von dem Spiel, wenn man da am Start ist, ist es eigentlich der beste Start, um wirklich mal wieder was Neues anzufangen. Es wäre jetzt blöd von mir gewesen, so zwei Jahre nach Battlefield 4 einfach das Spiel komplett wieder auf den Kanal zu bringen, euch zu informieren. Der Zug ist abgefahren. Da gibt es so einen Haufen Kanäle, die das Ganze gemacht haben und da brauche ich mich gar nicht mehr erst einmischen. Ich nutze Battlefield 4 aktuell, um wieder ins Spiel reinzukommen und auch um zu testen, habe ich Spaß an dem Spiel? Macht es mir Spaß? Macht es mir Spaß, mich abends hinzusetzen und mal so ein, zwei, drei Runden zu spielen? Meistens sind es nicht Runden, sondern Stunden. Und ja, es macht mir Spaß und wir freuen uns alle auf Battlefield 1. Und das ist extrem. Wenn ich die ganzen Videos sehe aus der Alpha, ich freue mich auf die Beta, die ja nach der Gamescom starten wird. Und dann später gibt es ja, aufgrund der verschiedenen Versionen, die du da kaufen kannst, da gibt es ja eine Early Access Version, dass du da irgendwie drei Tage eher reinkommst. Aber dafür gebe ich kein Geld aus. Ich zahle nicht 30 Euro mehr, nur um am Ende irgendwie zwei Tage eher in das Spiel einzusteigen. Das ist mir, da ist mir mein Geld ehrlich gesagt zu schade. Ist mir ehrlich gesagt zu schade. Finde ich Geldmacherei, muss nicht unbedingt sein. Aber wir werden sehr früh, nämlich von Anfang an, am Start sein, sobald das Spiel das Ganze zulässt. Wir werden unseren eigenen Server mieten, einfach damit wir auch selber ein bisschen bestimmen können, wer kommt da drauf, wer kommt da nicht drauf. Und der Server wird so aufgestellt werden, um euch da so ein bisschen zu informieren, wie meine Gedanken da sind. Es wird kein 64er Server werden, sondern ich habe da irgendwie auch die Augen von Gibbon und von Kevin so ein bisschen geöffnet. Habe denen gesagt, ey Leute, bei 64 Mann, das macht irgendwann keinen Spaß mehr, weil es einfach zu viel ist. Es ist dann wieder zu viel. Und 32 Mann auf kleine Karten, so wie jetzt hier zum Beispiel Golf von Oman, das ist meiner Ansicht nach die perfekte Größe, ist meiner Ansicht nach die perfekte Kombination aus harten Kämpfen, aber auch Kämpfen, wo du ein bisschen auch mal zum Luftholen kommst. Nämlich du hast dir halt auch einfach mal die Möglichkeit, mal kurz durchzuatmen und spawns nicht einfach vor am Ende 20 Leuten. Nämlich sowas finde ich einfach scheiße. Es macht auch auf Dauer, wie gesagt, keinen Spaß. Das, was ich mir erhoffe von Battlefield 1, wird zum einen sein, es ist ein komplett neues Szenario. Erster Weltkrieg hat sich noch niemand rangewagt. Höchstens die Mordfraktion, damals als Battlefield 1942, hat sich da mal rangewagt. Und ich bin froh darüber, dass DICE einfach diesen Schritt geht. Weg von der Zukunft, weg von irgendwelchen Robotergedöns, nämlich hin oder wieder dahin zurück, wo Battlefield hergekommen ist, nämlich in das Weltkriegsgenre. Zweiter Weltkrieg gab es oft, Erster Weltkrieg gab es noch nie. Und ich freue mich darauf, einfach mal was Neues zu sehen. Ich freue mich darauf, einfach Waffen zu haben, wo du nicht nur, was weiß ich, mit dem Granatwerfer rumrennst oder wo du einen Sniper hast mit 24-fach Zoom oder lauter so einem Blödsinn. Der Erste Weltkrieg war einfach Frontkrieg. Der Erste Weltkrieg war einfach so fast Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das, was wir hier zum Beispiel sehen, nämlich, dass ich an so einem scheiß kleinen Frack hängen bleibe mit einem Panzer, das würde es in Battlefield 1 auch nicht mehr geben. Die Zerstörung ist deutlich nach oben geschraubt worden. Du kannst nahezu jedes Gebäude in Grund und Boden fahren mit einem Panzer. Du kannst rüberklettern. Du kannst mit Granaten das Ding in Schutt und Asche legen. Und das ist geil. Das macht Battlefield auch aus, dass ein Schlachtfeld am Anfang oder am Ende nie so aussehen wird wie am Anfang. Du kannst das Ding komplett in Schutt und Asche legen. Du kannst einfach einen Sniper, der sich irgendwo verschanzt hat, wenn du in das Haus nicht reinkommst, schießt das Haus einfach zusammen und fertig ist. Es gibt keinen sicheren Platz auf den Karten. Und das ist auch wirklich genial, weil wie oft ist es uns schon passiert, dass du in irgendeinen Hinterhalt reingerätst oder dass einfach ein Sniper sich irgendwo verkämmt und du kommst ums Verrecken nicht ran, weil der Kollege sich mit Claymore und vielleicht noch einem Versorger irgendwo verschanzt hat. Das, was mir bei Battlefield 4 tierisch auf die Eier geht, ist die Steuerung der Fahrzeuge. Nämlich, dass die alles auf einen einzigen Stick gelegt haben. Das, was es damals, damals in Battlefield 3 noch gab oder Bad Company 2 auch, dass ich zum Beispiel mit einem Panzer mich auf der Stelle drehen konnte. Einfach, weil Gas, Bremse oder also vorwärts, rückwärts anders gelegt war. Das war halt mit, sag ich schon, mit den Triggern belegt. Und jetzt ist halt alles auf einen Stick und das ist einfach vollkommen überladen. Du hast es oft, dass du diesen Moment hast, dass wenn du den Turm drehst, weil du einfach rückwärts fahren möchtest, dass er dann so einen Loose-Lose-Moment hat, nenne ich es einfach mal. Nämlich, dass er sich nicht entscheiden kann, fahre ich jetzt vorwärts oder rückwärts. Vielleicht ist es auch bloß eine Einstellungssache. Ich habe da schon sehr viel rum experimentiert, habe aber für mich da noch keine Lösung gefunden. Battlefield 1, ich weiß nicht, ob es erlaubt sein wird, aber sobald die Beta verfügbar ist und ich bin aktuell EA Access Mitglied, ich habe einfach mal die 24 Euro für ein Jahr investiert, so für mich privat, um einfach auch an Battlefield 4 ranzukommen und auch vielleicht das ein oder andere Spiel mal ein bisschen günstiger zu bekommen. Schadet ja nicht. Mein Gott, EA Access, die schmeißen so viel raus. Ich habe aktuell sogar Need for Speed für einen Apple und Neid drin. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Also da kann man sich mal, da kann man für ein Jahr mal wirklich 24 Euro investieren, weil ich glaube Kosten nutzen, ist da wirklich gut, ist da wirklich gut. Wo möchte ich noch hin? Wie gesagt, ich möchte euch über Battlefield 1 ein bisschen informieren. Sobald es draußen ist, ich lasse einfach mal die ganzen Gerüchte und so, lasse ich außen vor. Ich lasse die Alpha Sachen, habe ich sowieso keinen Key, lasse ich außen vor. Ich werde euch natürlich auf Facebook informieren. Da auch mal ein Dank an den Marcel, der mich da fleißig mit News zusammen oder unterstützt. Ich werde, ja, sobald das Spiel draußen ist und ich in der Beta bereits das erste Mal die Hand anlege, werde ich euch dann fleißig zur Seite stehen. Wir werden gemeinsam viel auf die Beine stellen, das kann ich euch schon mal sagen. Deswegen, es wird einen eigenen Server geben, ich fasse das Ganze nochmal so ein bisschen zusammen und ich möchte, wie gesagt, einfach dahin wieder zurück, wo ich ein bisschen hergekommen bin. Der Kanal ist einfach nicht nur auf Rennspiele ausgelegt. Es war einfach damals, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, vielleicht für die neuen Zuschauer da auch mal herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Damals gab es einfach nur Forza Motorsport 4 und Battlefield 3. Das war der Start des Kanals und dahin möchte ich einfach wieder zurück. Ich möchte nicht viel bringen, ich möchte weniger bringen, aber dafür deutlich mehr Inhalt, deutlich mehr Tiefe. Ich möchte euch einfach wieder mehr informieren und einfach mehr ein bisschen, auch teilweise mit an der Hand nehmen. Wenn zum Beispiel einer Fragen hat, du, wie rüste ich jetzt ein LAV aus oder wie kann es sein, dass du mit dem LAV irgendwie ums Verrecken nicht drauf gehst oder ist ein LAV ebenwürdig zu dem Panzer, kann ich dir ganz klar an der Stelle sagen, ja, wenn da einer drin hockt, der weiß, was er macht und diesen LAV richtig ausrüstet, dann ist der LAV ein absoluter Panzerschreck. Das einzige Hindernis, was ich da manchmal habe, ist einfach die Steuerung. Aber da kann das LAV nichts für, das ist einfach so Inhalt des Spiels. Was gibt es noch zu sagen? Lass uns mal ganz kurz zusammenfassen. Genau wegen dem Server, deswegen habe ich auch vorhin erwähnt, wegen hier Battlefield, Amazon Link etc. Der Server wird bezahlt von Amazon, äh, von Amazon, von YouTube-Einnahmen. Das sind dann einfach, ich glaube, drei Monate werden wohl oder übel um die 60 Euro kosten und solange das YouTube abwirft, werde ich das Geld nehmen und in den Server einfach investieren. Einfach weil es auch, ähm, es ist ja auch für euch. Der Server ist dann für euch da und wenn da so ein paar Leute einfach zu Stammgästen werden, die werden halt auch mehr Rechte bekommen auf den Server, einfach um sicherzustellen, dass auch die Leute, die drauf sind, sich am Riemen reißen. Das heißt, wenn halt einer nur absoluten Blödsinn macht oder wenn es halt irgendwie aussieht, als würden da ein paar Leute rumcheaten, dann, ja, dann werden die einfach gebannt und fertig ist. Also, wieder das Geld, was reinkommt, das wird einfach dann in den Server reinfließen. Viele werden dann sagen, Thompson, wie schaut's denn aus hier mit dem PC, ne? Road to Streaming PC, wie schaut's denn da aus? Ähm, aktuell ganz dunkel. Aktuell ganz dunkel. Das ist aber meine eigene Baustelle. Einfach weil ich, ihr seht's ja selber, ich bringe sehr wenig Content. Das, was ich bringe, ähm, ist nicht das, was, äh, den Kanal ausmacht. Demzufolge sind die Aufrufzahlen auch absolut im Keller. Aber, ähm, ich zwinge mich nicht dazu, Videos zu bringen, nur um irgendwie Klicks zu geiern oder so. Wenn ich an irgendwas Spaß habe, wie halt aktuell jetzt Battlefield 4 und in Zukunft wird's dann wohl Battlefield 1 sein, oder halt Fallout, dann kommt das, ne? Ich zwinge mich nicht einfach, um hier zu sagen, oh mein Gott, der Kanal ist auf Rennspiele ausgelegt. Ich muss jetzt Rennspiele bringen. Ne, wenn ich keinen Bock drauf hab, dann hab ich keinen Bock drauf und dann kommt auch nichts. Ähm, demzufolge Streaming PC ist erstmal, äh, ein bisschen zu den Akten gelegt. Einfach weil halt die, die Einnahmen, die da kommen, ähm, das ist so wenig geworden. Aber das ist halt meine eigene Schuld. Und da gebe ich euch nicht die Schuld dran, wenn die Aufrufzahlen in den Keller gehen. Dann ist es halt einfach so, dass unterm Strich nix übrig bleibt. Und es ist ja nicht so, das kann ich euch auch nochmal sagen, um euch einfach mal so ein komplettes Informations, äh, Roundup zu geben oder ein Informationsupdate, ähm, von den YouTube-Einnahmen wird zum Beispiel, wird Dropbox bezahlt. Dropbox, äh, dient dazu, dass ich mit Mattes, dass wir Thumbnails und sowas erstellen können. Da liegen die ganzen Tom-Thomson-Dateien drauf, ähm, alle Photoshop-Dateien. Und, ähm, das muss auch bezahlt werden. Das ist auch monatlich ein Zehner, der da schon mal weggeht. Und wenn du jetzt denkst, weiß ich, äh, monatlich, äh, kommt richtig viel Asche rein, ähm, es wird auch, der Gibson bekommt sein Opolos, der Mattes bekommt sein Opolos, weil einfach die zwei Leutchen an der Front mich extrem unterstützen. Und das soll halt auch honoriert werden. Und der Rest des Geldes, ähm, ja, liegt im Prinzip aktuell erstmal auf der Halde. Da bleibt aber so viel nicht übrig. Und ich bin auch, äh, offen und ehrlich zu euch, äh, wenn ich zum Beispiel abends mich, mich hinsetze und, äh, ein bisschen was für YouTube mache, kam es auch und kommt es auch vor, dass ich einfach sage, weißt du was, ich nehme jetzt einen Zehner von dem Paypal-Konto und bin einfach mal rotzfrech und bestelle mir einfach mal eine Pizza, weil es einfach spät geworden ist und ich keinen Bock habe, mich um die Zeit noch in die Küche zu stellen, nehm, also ich lüge euch da nichts vor, ich mache euch da nichts vor, es ist immer was Offenes und Ehrliches gewesen, ihr seht es auch hier, ne, bam, LEV weg, ähm, und so wird das Ganze auch weitergeführt werden, ne, also Ehrlichkeit ist für mich eines der großen Steckenpferde. Entweder es wird honoriert von euch und ihr sagt, geile Sache, ich finde es gut, dass du so offen und ehrlich bist, wenn du aber sagst, weißt du was, ich finde es scheiße, du sagst, das Schwiering-PC und am Ende kommt gar nichts, mein Gott, ich bin auch nur ein Mensch, ne, und, äh, Dinge ändern sich, Projekte ändern sich und ich zwinge mich halt nicht, ich zwinge mich nicht, ich mache einfach meinen Stiefel und entweder man zieht mit oder man sagt, weißt du was, da mache ich nicht mit und, ähm, ja, dann ist es halt auch so, kann ich nicht ändern. Warum ich den Typen hier nicht überfahren habe, ist mein Rätsel, eigentlich lager ich bereits schon unter meinem LEV drunter. So, lass mal auf die Punkte gucken, 140 Tickets haben die Gegner noch, wir werden die Runde übrigens gewinnen, ne, das kann ich dir schon mal hier vorwegnehmen. Ähm, was gibt es noch zu sagen, lass mal überlegen. Battlefield 1, so allgemein hatte ich euch ja schon ein paar Sachen, ähm, gesagt, nämlich das Szenario finde ich gut, ich finde es mutig, ich finde es wirklich mutig, von daher ist, dass sie diesen Schritt gehen und auch EA, dass sie diesen Schritt unterstützen als Publisher, aber es wurde irgendwie auch mal bitter notwendig, mal was anderes zu sehen und wir haben, glaube ich, dieses Jahr im, ähm, im Winter so viel Auswahl an Shootern wie noch nie. Du hast mit Battlefield 1, hast du einen wirklichen Weltkriegsshooter, wirklich alt, du hast alte Waffen, du hast keine Abschussbelohnung oder so ein Kram, du hast einfach ordentliches Teamplay und, äh, Fahrzeuge und so ein Kram. Wenn dir das zu alt ist, dann kannst du ja immer noch zu, ähm, zu Titanfall wechseln, Titanfall 2 kommt ja auch noch dieses Jahr, da hast du halt Mechs, hast ein bisschen rumgehüpft, hast ein bisschen Doppelsprung, hast, äh, futuristische Waffen, hast aber auch Teamplay, das hat Titanfall ja auch ausgemacht und wenn dir das immer noch zu, äh, zu alt ist, dann kannst du immer noch zu Call of Duty gehen, Infinite Warfare, ähm, das spielt halt ein bisschen im Weltraum, ne, ein bisschen extrem viel rumgehüpfe und, ähm, du hast so viel Auswahl nie noch nie und wenn das immer noch, äh, dir zu wenig ist, kannst du immer noch zu Overwatch, äh, greifen, was halt auch extrem teambasierend ist und da wirst du auch viel Spaß haben. Overwatch ist aber ein Spiel, wo du dich wirklich reinarbeiten musst, das ist, ähm, das ist nix, wo du einfach so an der Hand genommen wirst, so nach dem Motto, hier, äh, hast ein Gegner, ranzen weg, bist du King, so läuft der Hase nicht in Overwatch, sondern du musst halt ein bisschen was machen für den Skill und das finde ich auch ganz gut, auch Battlefield ist halt so, es ist einfach zu erlernen, aber schwer zu meistern, siehe zum Beispiel Flugzeuge, ne, abheben kann jeder, einen wirklich knallharten Dogfight wirst du erst haben, wenn du dich ein bisschen mit der Materie beschäftigst, auch hier bei den Waffen, jede Waffe funktioniert, du kannst mit jeder Waffe einen töten, aber unterm Strich, um eine Waffe effektiv auszurüsten, musst du dich damit beschäftigen, du musst dich im Battlelog einlesen, was ich auch richtig scheiße finde, ich hoffe einfach mal, dass im Battlefield 1, äh, wieder mehr Möglichkeiten ins Spiel direkt integriert werden, ich möchte einfach im Hauptmenü vom Spiel und nicht erst am runden Anfang meine Klassen festlegen, ich möchte meine Fahrzeuge ausrüsten und ich möchte auch direkt im Spiel bereits sehen, welche Vorteile und Nachteile vielleicht eine Waffe hat, äh, aktuell ist es halt so, du musst dich im Battlelog einlesen, da stehen ein paar Informationen dazu und, äh, anhand von Balken, ne, siehst du, ich rede jetzt einfach mal weiter, auch wenn die Runde zu Ende ist, ähm, anhand von Balken siehst du, ist die Waffe schlechter oder besser, das möchte ich nicht, das wird aber auch im Battlefield 1 dann besser werden, hier, Video sagt schon mal Tschüss, der Thompson redet noch ein bisschen weiter, ähm, genau, das hoffe ich einfach mal, dass es besser wird, ich hoffe, dass die Steuerung ein bisschen überarbeitet wird, ähm, äh, es muss nicht einfach sein, ich will kein Spiel, was einfach ist, ich möchte auch diesen Ehrgeiz haben, mich mit diesem Spiel oder mich in dieses Spiel reinzuwurschteln, ne, das, das macht mir Spaß, ich will mich da einlesen, ich will mich damit beschäftigen, ich möchte meine Waffen auseinandernehmen und gucken, gut, wenn jetzt viele sagen, Thompson, das wirst du in Battlefield 1 auch nicht können, das weiß ich auch, aber, ähm, es gibt ein paar Möglichkeiten und ich möchte auch einfach diesen, diesen Ehrgeiz wieder haben und das macht mir Spaß und das löst aktuell Battlefield 4, äh, in mir wieder aus und genau, und dieses Gefühl möchte ich einfach in Battlefield 1 mitnehmen und damit euch gemeinsam wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln kommen und auch mit euch gemeinsam viel, viel mehr machen. Gut, zusammengefasst, es wird einen eigenen Server geben, Battlefield 1 ist noch nicht vorbestellt, werde ich mir wohl digital kaufen, ähm, wie schaut's sonst aus, ansonsten ist alles paletti, also, lasst mich mal deine Meinung wissen, in den Kommentaren am besten, äh, wie denkst du über Battlefield 1, findst du den Trend, wo ich hin möchte, gut, würdest du mich da unterstützen oder nicht, kannst du mir auch mit dem Däumchen nach oben oder nach unten zeigen, ob du da mitziehst oder nicht, daran erkenne ich das Ganze auch ein bisschen und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Informationsvideo oder bis zum ersten Video dann live aus der Beta von Battlefield 1. Gut, ich bin raus, nachdem das Video sowieso schon zu Ende ist und sage einfach mal, bis später, ciao, ciao, dein Tom.